Herr Schmidt, Herr Schmidt, was kriegt den Juden mit? Herr Schmidt, Herr Schmidt, was kriegt den Juden mit? Ein Schleier und ein Federhund, die stehen die Mädchen gar zu gut. Ein Schleier und ein Federhund, die steht die Mädchen gar zu gut. Herr Schmidt, Herr Schmidt, was kriegt den Malchen mit? Malchen. Herr Schmidt, Herr Schmidt, was kriegt den Malchen mit? Das Mädchen, das ist gut und brav, wie die kriegt, der bekommt ein Schaf. Herr Schmidt, Herr Schmidt, was kriegt den Grätschen mit? Herr Schmidt, Herr Schmidt, was kriegt den Grätschen mit? Für die steht ein Klavier parat, weil sie so einen zarten Anschlag hat. Was? Abelhafen, da staunen Sie nicht, war? Hat mich auch sehr viel Geld gekostet. Herr Schmidt, Herr Schmidt, was kriegt den Grätschen mit? Herr Schmidt, Herr Schmidt, was kriegt den Grätschen mit? Eine Wiege und schön Kinderzeug, wenn denn so weit ist, hat sie es gleich. Herr Schmidt, Herr Schmidt, was kriegt den Grätschen mit? Was ist mein Grätschen? Eine Torte und zehn Pfund Konfekt, weil sie so gern was Süßes schlägt. Eine Torte und zehn Pfund Konfekt, weil sie gern was Süßes schlägt. Herr Schmidt, Herr Schmidt, was kriegt Marieschen mit? Herr Schmidt, Herr Schmidt, was kriegt Marieschen mit? Die sieht sich schon ne dreißig an, da müssen meine Groschen dran. Herr Schmidt, Herr Schmidt, was kriegt den Grätschen mit? Herr Schmidt, Herr Schmidt, was kriegt den Grätschen mit? Die kriegt den Grätschen so lang und breit für ihre große Sitzsamkeit. Ah, so lang und so breit. Herr Schmidt, Herr Schmidt, was kriegt den Grätschen mit? Herr Schmidt, Herr Schmidt, was kriegt den Grätschen mit? Mein Grätschen ist das Kakelnest, die kriegt den ganzen Überrest. Mein Grätschen ist das Kakelnest, die kriegt den ganzen Überrest. Mein Grätschen ist das Kakelnest, die kriegt den Grätschen mit?